Es gibt keine einzelne Methode der Beschaffungsmarktforschung, die immer am effektivsten ist. Die Wahl der Methode hängt stark vom konkreten Beschaffungsproblem und Informationsbedarf ab. Daher ist es ratsam, mehrere Methoden kombiniert einzusetzen. Sekundärforschung durch Analyse öffentlicher Daten ist eine kostengünstige Basis, um erste Einblicke zu erhalten. Befragungen von Lieferanten, Befragungen von Kunden oder Befragungen von Experten liefern detaillierte Primärdaten aus der Praxis. Beobachtung von Preisen oder Beobachtung von Technologietrends ermöglicht das Erkennen von Mustern und Entwicklungen. Prognosen und Szenariomethoden erlauben einen Blick in mögliche Zukunftsszenarien. Workshops helfen, Expertenwissen zu bündeln und neue Ideen zu generieren. Wettbewerbsanalysen zeigen, wo das eigene Unternehmen im Vergleich steht. Die Kombination quantitativer Datenanalyse und qualitativer Diskussion liefert die besten Ergebnisse. Wichtig ist, die passenden Methoden für die jeweiligen Informationslücken zu finden und synergetisch einzusetzen. So lässt sich ein maximales Verständnis für die Beschaffungsmärkte erreichen. Fünf Profi-Prüfungstipps. Klicken Sie dazu auf den Link unter diesem Video.